von meiner tastatur weg weil sie neues früher oder später wird er was drüber kippen so teuer war sie jetzt auch nicht was habe ich denn gezahlt mal nachgucken ja das sehe ich da jetzt nicht hat auch glück ja doch ein bisschen was habe ich schon gezahlt aber das ist okay wenn man gönnt sich ja sonst nichts ich wollte mir schon wirklich seit fünf jahren eine neue tastatur kaufen weil diese 20 euro tastatur die gegen mich die eier eine bessere maus auch also gut jetzt habe ich meine gaming was gekauft nach fünf jahren geht das ist halt schon ordentliche gaming klastatur also du willst wahrscheinlich wieder mit dem kopf stellen und sagen das brauchst du nicht aber ich habe es mir jetzt einfach gegönnt brauchst du nicht ich habe vier krallen drauf ja ich habe also ich habe auch so eine in die preis richtung user entered your channel nein toni hä nicht ich habe nichts weiter zu dann im zu 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 Achso, Hackl brauchst du 400 Salvia Öl? Jetzt grad nicht? Nö. Ja. So. Unten oder was? Oben ist doch ne Bank. Und Veredario auch, also was will der? Da ist direkt ein Veredario und du kannst es direkt an die Bank schicken. Oben sogar dann. Was, wo, wer? Da unten ist glaube ich kein Platz. Bleib zurück, er hat Cellulite. Nein, da passt denk ich keiner hin, also genau haben wir es nicht ausprobiert, sonst hätten wir es ja... Wer denn? Du, ja schau mal, selbst wenn dort eine Bank hinpasst, dann verlierst du zwei bis drei Spots. Das sind dann 4000 pro Spot. Ja, aber es hat sich erledigt, da kommt keine Bank hin. Ja, das ist okay. Also... Frag mal, ob er, ob's heretic ist. Ja, frag mal, ob er heretic ist. Aber heretic hat auch nur her... heretic hers und heretic... irgendwie so. Mit vierten Account weiß ich nicht, wie er heißt. Ja. 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 ... Ja... ... ist noch offline sonst die höchstens ich weiß nicht wer das ist so 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 ja Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich wollte mir jetzt schon seit fünf Jahren eine neue Tastatur kaufen, weil diese 20 Euro Tastatur, die ging mir echt wie Eier.